So, kann ich mich auch schon wieder weitermachen hier. Äh, ich krieg gerade eben kaum einen Fuß drauf, ey, das ist so übel gerade. Ich glaube, ich hab den noch nicht 1-1 dieses Mal getroffen gerade, weil ich die ganze Zeit nur am weghechten bin. Der ist auch übel. Also auf deinem Level ist der richtig übel. Ich kann mich daran noch erinnern, wie ein Kollege von ich, von mir, von ich, von mir, sag ich gleich mal, Gruß an Seto, falls ihr das hier irgendwann mal sieht. Aha, das war knapp. Der Kollege von mir, wie wir da Kämpfe gehabt haben, die bis zur letzten Minute gingen. Okay. Das ist richtig heftig. Wir haben halt das Spiel abends zu Zweig gespielt, also nach Release haben wir es die ganze Zeit zu Zweig gespielt. Entschuldigung. Und da dauern die Kämpfe um einiges länger. Ich hab' meine Megatrinken vergessen. Ich trinke. Ich benutze Kraut oder Erste-Hilfe-Arts-Mal bei dem. Ey, der ist gerade ganz schön aggro auf mich, oder? Der will, glaube ich, einen Level 60er Down kriegen. Nein, der hat dich lieb, der will kuscheln. Ja, wie gesagt, der will einen Level 60er Down kriegen, weil... Wie oft die für uns Marte und ich hab' dann angekommen. Ich wollte dich treten. Würde der das bei euch machen, wär' der tot? Hm, nö. Doch, wärt ihr. Der hat mich schon so angegriffen. Achso, ja, okay, dann. Ja, aber du kannst in dem... Wenn der das macht, das, was der bei mir gemacht hat, stehst du auf und bekommst den nächsten Hieb rein. Das macht mal so. Wenn der sich hier eingräbt, kann der auch sofort wieder rauskommen, wenn ihr Pech habt, ne? Hm, ja. Mei. Äh, nee, der ist jetzt in Zone 4. Ja. Das wissen wir, der hat einen Fahrball abbekommen. Achso, das hab' ich nicht mitbekommen. Kannst du auch am Bodenbeben sehen. Hm. Bei den Fliegenden ist es der Schatten, bei dem ist es das Bodenbeben. Ja. Ich trete den Jacki einfach, weil ich kann. Das ist das Laufen. Der holt sich grad' aus Dauer. Ja. Kann er doch nicht machen. Ey, nicht fressen, Kumpel. Hast du... Ja, doch. Hat er die jetzt bekommen, oder? Ja, ist egal, da kannst du nichts gegen machen. Da hat der fast Super-Armor, sag ich mal so. Kann nichts gegen machen. Jetzt zeige man schlicht ihn da richtig weg. Du hast ihn grad umgeworfen, ich mein, zählt das nicht? Ja, aber er war schon fertig. Und wir haben ihn umgeworfen. Wir. Das Team war's, das Team. Es gibt keinen Einzelgänger. Wir können ihn fangen. Darf was. Darf Rainer was. Wir können ihn fangen. Ich weiß nicht, ich tue es auch nie wieder. Er war nicht in der Nähe, aber er hat gesagt. Nein, ich will ihn noch weiter schwächen. Ich leg den Fallgrube, auf Kommando. Leg. Ich möchte überstimmt werden. Nein. Los, leg. Voll reingesprungen, ich hoffe. Bei jemandem, der wenig Leben hat um Leben und Tod. Es liegt, es liegt, es liegt. Noch ist ein Gebet. Es liegt. Wie wir stirbten hier. Hier stirbt doch keiner. Da, Rainer, du stirbst nicht. Du hast ein Feature entdeckt. Ich hab'n Bug entdeckt. Eigentlich live. Heute. Wir haben mal, ich hab' jetzt mal im Online-Modus erlebt. Hallo? Will der nicht in die Falle gehen? Was? Ein Königsludrof ist mal im Flut... Nein! Ja! Nein, ich hatte gerade so Panik. Ist mal im Flutwald. Ähm. Weggelaufen. Er wollte weglaufen. Nee. Nee, ist was anderes. Okay, nochmal neu. Ja, hauen nach der Zeit ab. Ja, das ist normal. Nee, der ist toll. Ähm, der ist... Wir haben ganz am Rand von dem kleinen Gebiet gekämpft. Und da ging's ins Wasser rein. Jetzt ist der... Der wollte einfach nur ins Wasser springen, um dort weiter zu kämpfen. Ähm, aber... Der ist da reingesprungen und hat von dort aus dann rumgebrüllt und gejammert. Wir konnten nicht zu ihm schwimmen, weil wir dann im nächsten Gebiet waren. Aber wir haben ihn in diesem Gebiet noch gesehen. Der war nicht im nächsten Gebiet. Ja, dann musst du kurz warten. Dann springt er raus. Das ist, wenn der eine Attacke auf euch macht und zu weit dann... halt seiner Ausklingen, wie auch immer ist. Nee, dann rennt er ja gegen eine unsichtbare Wand. Aber der ist wirklich ins Wasser gesprungen. Nein, tut ihn nicht. Der... Der kann auch aus der Map rausgehen. Ja, das weiß ich ja. Das weiß ich ja, aber der ist ja nicht aus der Map raus. Der war noch in diesem Gebiet. Wir haben ihn noch gesehen. Der schwamm im Wasser. Aber wir konnten ihn nicht erreichen. Der war hinter der Mauer zum nächsten Gebiet. Ja, ich weiß. Sag ich doch. Da müsst ihr warten, bis der wieder zurückkommt. Und der kann da durchgehen, weil der erst das Gebiet wechselt, wenn er es auch will. Sonst kann er auch viel weitergehen als wir. Weil wir dann diese Linie haben, wo wir das... Gebortet werden. ...die Area wechseln. Das wirst du später beim Lagiagros dann sehen. Boah, Lagiagros, der hat eine Attacke, die ist im... Also wenn man Lagiagros fangen muss, dann macht man das ja im Sumpfgebiet. Und das ist tödlich. Das ist einfach nur eine Qual. Also ich finde ja Lagiagros so gesehen recht chillig. Aber auf dem Level, wo man es dann machen muss. Und wenn man dann so bei... So wer die Karte jetzt kennt, bei 4, 5, 5 und 6 ist. Und der diese Attacke macht, wo der erst an die Wasseroberfläche geht. Also nicht raus, sondern Wasseroberfläche. Sich zusammenspiralisiert, wie auch immer es zusammendreht. Und dann auf euch du rast wie so ein Bekloppter. Das geht in der Map überhaupt nicht klar. Weil es so eng ist. Mal ganz kurz eine kleine Zwischenfrage. Machen wir jetzt noch irgendwas oder... Wie gesagt, ich würde sagen nur leveln. Also immer Baroth. Weil du da am meisten Erfahrungspunkte kriegst. Egal. Musst du auch nicht aufnehmen eigentlich, glaube ich. Weil immer Baroth ist langweilig. Ja, das stimmt schon. Aber das war Let's Play und da muss alles aufgenommen werden. Yay. Ja. Besonders das Power... Glaubst mir, dann werden... Es sind uns sicherlich rund... Also bei Final Fantasy 13 sicherlich rund 350 Parts geworden. Wenn es nur rein ums Leveln geht. So, ja. Ich habe ja zweimal... Also zwei Leveling-Schritte eingesetzt. Das war ja einmal kurz vor diesem komischen Turm. Und einmal gar nicht so lange her. Keine Ahnung. Folge 83... Ne, 84 war das, glaube ich. Also 284. Das war jetzt eine der Folgen, die ich heute hochgeladen habe. Und... Ey, glaubst du mir, das wäre echt langweilig geworden. Klinikstruthan, Jumbo-Brot braten. Ja gut. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Wir daddeln noch munter ein bisschen weiter und... Äh, ja. Irgendwann spiele ich dann auch nochmal wieder offline, um einige Quests zu zeigen und so weiter. Und dann, wenn ich es überhaupt auf die Reihe kriege, ohne dass sich dann wieder irgendjemand drüber aufregt, wie scheiße ich doch spiele. Und mir Spam-Mails schreibt, wegen du Gimp und solche Sachen. Glücklicherweise noch nicht so vorgekommen, wie ich es ausgedrückt habe. Aber ich erwarte es ja noch. Ähm... Ey, du hast schon einen Kanal-Comment bekommen. Du wirst besser. Echt? Ja, stimmt. Genau. Ja, doch. Das war aber auch gleichzeitig der, der gesagt hat, äh... Dein Final Fantasy 13 LP ist geil, aber dein Monster Hunter Teil... Hm, ja. Ich dachte, du wärst ein guter LPer. Ja, der war übel, ja. Ja, das hab ich mir sehr zu Herzen genommen, also muss ich echt zugeben. Mindestens zwei Wochen geheult in der Ecke. Ich bin kein Emo. Ich trage gerne schwarz, aber ich bin kein Emo. Ich meine, ich bin kein Emo. Du musst dein Emo sein, um übersensibel zu sein. Ja, toll. Und dann mache ich solche Videos und, äh, wo ich dann in die, in die Kamerade jammer. Und so wie, äh, ich bin kein schlechter Emo. Leave Britney alone. Ja. Genau das. Genau darauf wollte ich ihn auch. Oder warum hast du hier alle Tokio Hotel? Und am Ende, ich hasse Tokio Hotel. Wenn ihr meint, Tokio Hotel wäre schwul, ey, da seid ihr selber schwul. Ah, gut. Ja, so kann man natürlich die letzten zwei Minuten auch noch volldrücken. Also... Bam. Ja, das können wir auch gerne so weitermachen. Ja, äh, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir weiterspielen. Äh, gut. Ja, noch halbe Stunde. Cheatsschwurken mache ich auch noch mit. Das klingt gut. Dann machen wir das. Ähm, ja, das werde ich jetzt natürlich nicht aufnehmen, weil das würde wirklich langweilig werden, glaube ich. Ach, die Epic-Gespräche? Ja, die Epic-Gespräche, um die wäre es... Ja, darum wäre es natürlich ein bisschen schade, aber ich glaube, es wäre dann echt ein bisschen ärgerlich. Es würde einen Ansporn für deinen Fans selbst mitzumachen. Dann müssen es die einfach so machen, die Zuschauer, dass die halt als Hörspiel deine Videos sehen. Du das in Klammern setzt, dieser Teil ist ein Hörspiel. Dann können sie nebenbei was anderes machen. Pass auf, dann habe ich aber noch so eine Idee, und zwar, ich setze, äh, ich mache so drei, vier Fenster, mache das so als Abo-Special, und dann versuche ich jeden einzelnen von euch sozusagen zu imitieren, während ich dann dieses, äh, nein, das machen wir natürlich nicht. Das würde, glaube ich, ein bisschen sehr blöde aussehen. Na gut, ähm. Dann kannst du auch bitte die Charaktere, die wir hier spielen, imitieren. Oh nein, ich bin Indianer. Hau. Samurai. Genau, das setzt sich dann einfach auf eine Folge von Samurai Pizza Cats. Okay, ich glaube, keiner kennt die Sendung. Naja, ist ja auch egal. Natürlich, das habe ich als kleines Kind immer geguckt. Ja, auch deswegen, aber jetzt haben wir nur noch drei Sekunden. Ich sage jetzt hier einmal mal Stopp und Tschüss und bis bald. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder und wir dann weiter. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020